Hey, hey Leute, wie geht's, wie steht's? Hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Ja, wir haben im letzten Part, irgendwo sind wir in ein Haus gekommen, in der vierten Episode, haben dort einen Jungen gefunden, der ähnlich wie Tag aussieht und Candy konnte ihn wieder nicht erschießen. Irgendwie haben wir es wieder mal für ihn getan, haben den begraben und ja, wir wurden von irgendjemandem beobachtet, nachdem wir eine Menge Ärger mit sehr, sehr vielen Walkern hatten. Und ja, wir haben uns entschieden, mit Candy zum Fluss zu fliegen, ein Boot zu suchen, was ja eigentlich der Plan war und dass der Rest der Gruppe noch im Haus bleibt, mit Clementine natürlich, und guckt, ob sie noch irgendwas Witziges finden. Wir gehen also jetzt los mit Candy zum Fluss, schätze ich mal und schauen mal, was wir alles finden. Ob das für eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Nachdem, was passiert ist im letzten Part, hätte ich ihn auch echt umbringen können. Oh mein Gott, ich will nicht drüber nachdenken. Will ich wirklich nicht, Leute. Infected, infiziert. Ist alles. Sieht alles. East Bay, ST und Lincoln, ST. Also, ST für Street, glaube ich, heißt das. Kenny geht's natürlich nicht so gut, ne. Er ist ziemlich am Boden, ne. Verlässert man mit Kelly Marine wäre vielleicht ganz gut soweit. Oh nein, Schmina. Der Mann ist mit uns wieder. Es ist noch ein Trapp. Nein, hör mal. Das ist nicht die gleiche Belle wie vorher. Das ist noch weiter. Whatever es ist, es wird die Möge nach oben gehen. Was in the hell ist going on? Das ist eine gute Frage, was da abgeht. Also die Toten werden irgendwie weggelockt. Oder zu dahin? Wahrscheinlich. Ich meine, guck mal. Haha, das ist ja lustig. Ja, aber ich fand ihn lustig. Ja, es muss ja irgendjemand diese Glocken läuten. Um diese Untoten irgendwie aufzulocken. Oder um irgendwas zu erreichen. Es kann ja nicht einfach so, ey, mir ist langweilig. Ich flieg wieder ein. Da hat sich gedacht. Oh mein Gott. Tja, mit dem Boot sieht das sehr, sehr schlecht aus. Das ist ja. Es muss ein Boot sein. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Ja, das ist. Die Boots sind Schrott, Junge. Die sind nicht mehr brauchbar. Dann weiß er aber, dass wir nichts haben. Du schaust weiter nach dem Wasserfront. Vielleicht gibt es etwas auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass wir zu weit entfernen sollten. Wir müssen nicht. Siehst du das Teleskop? Siehst du den ganzen Weg nach dem Wasserfront von hier. Siehst du, was du finden kannst. Okay. Ja, jetzt gibt es aber nur ein Problem. Und zwar ist das wahrscheinlich, dieses Fernrohr mit Geld zu bezahlen. Egal, wir schauen uns hier einfach mal um. Keep out. Nein, nicht wirklich. Ah, das dachte ich mir schon. Was ist das? Hat das irgendwas gebracht? Was ist das? Was ist das? Boah, das muss stinken bei den ganzen Leichen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie wird das? Was ist das? Was ist das? What the hell are these markings? They're all over the place. Could be military tanks, but what do they mean? Hmm... I hate it. Is there anything in there? Right, money. Hello beautiful. Empty. Yeah, that would have been too easy. Yeah, that's right. Someone already looted the place. Okay. A truck, but the... Yeah, it's... Oh, is that something that was they have done? Looks like it's still intact. Locked. Okay. 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 da hinten, ne? Boah, alter. Vor allem, das muss ja richtig stinken. Das ist ja... Alter, wenn da so tausend Eichen im Haufen liegen, dann muss da stinken. Das ist Eichen. Ja. Wir schauen trotzdem jetzt mal, was da abgeht. So. Wir müssen es fein lassen. Wir müssen es beeilen, weil das hält ja wahrscheinlich lange an. Keine Boote. Irgendwo was anderes da. Was sagst du jetzt? Das weißt du aber gar nicht so richtig. Was haben wir da? Was ist das? Keine Boote zu sehen. Ich hab jetzt alles nicht, ich küsse zu und dann... What the fuck? Ja, ist das? Ja, ist das. Oh, das ist das. Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him runnin' to that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? We didn't come here lookin' for trouble. Ähm. Oh, Keine, wie hat die Vernunft? Hoffentlich macht Candy nix Falsches. What the? Ah! Konntest machen! Alter, ist so schnell! Was? What the fuck? Kei-job! Höf, you're not from Crawford. Es ist eine Frau. Kenny, nein, 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 Kenny, nein, nein. Ich will erst mal eine Erklärung haben. Was macht Clementine hier? Er hat nichts, wir verloren. Haha, das war irgendwie so. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? Crawford? I didn't know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't, or can't, live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks. I see some time to... Ah, yes! Geeks, yeah! Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? Bellied anything, alive or dead. That was pretty smart, the bells. Yeah. Where's he at all? Where's he at all? A bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. What the hell are you doing here? Yeah. Let's get out of the house. Well, Meat started getting really sick. Krista and Ben had to take him upstairs. I didn't just want to sit around there. I wanted to come help. I told you we didn't need any help. Yeah. Really? Because if it weren't for her showing up when she did, I would have beaten your brains out. That's debatable. Uh-huh. Yeah. Keine Kinder nach oben. What do you mean, no children? Why not? No children. No elderly. No one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Oh, you shit. The poor kids. Oh, that's crazy. Fuck me. Fuck me. Also das ist echt krass. Obwohl ich sagen muss, dass wir den Glocken ist, ganz clever gemacht. Es muss sein, wenn es da war, denkst du, dass ich noch hier sein könnte? Ich bin über jeden Inch von dieser Stadt, das ganze Ort ist gespricht. Gott, verdammt! Hey, moron! Willst du deine Glockenzeichen? Wenn du nicht auf einen Glockenzeichen bist, würde ich sagen, dass die Leute zurück nach wo du gekommen bist, bevor ich... Great, einfach mal. Wow, das ist jetzt hier. Ich habe einen Autos. Ich habe einen Autos. Ich habe einen Autos. Wow, das ist ein Autos. Oh, fuck! Komm, komm! Mach es schnell! Geld! Jetzt müssen wir wieder auf! Ja! Komm! Er ist hier ein guter Bedeut. Oh, oh, oh. Puck, 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 Puck. Nein, lass es nicht los, Leute. Ich glaube, wir sind dickfett am Aar. Ich muss ja auch was sagen können. Komm schon. Oh mein Gott, das wird echt knapp. Knapp, Kuh, 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 Kuh. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist knapp. Okay, der ist tot. Gott sei Dank. Das war eine spannende Folge, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende damit erstmal diese Party von Let's Play So Walking Dead. Das ist alles ganz, ganz krass. Also wir haben jemanden neu kennengelernt, Oli, die uns über Crawford erzählt hat, wie krank die sind, wie auch immer, wie sie mit Kinder eignen gehen. Ich komme darauf nicht klar. Wtf. 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 Kau. Wtf. 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 Ja, aber auf jeden Fall, Leute, tut's mir leid, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, den Trainer. Oder dafür, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber bis dahin, Leute, erst mal, sage ich erst mal Tschüss, bis dann, euer Yoshi, aber haut rein, ciao, ciao, Yoshi.